Let's Dance, das ist Nikolas Puschmanns Plan bei Tanzblickouts Nikolas Puschmann hat Angst vor Blackouts Bei Let's Dance die Lichter gehen an, der Puls schnellt hoch, jetzt gilt es für die Let's Dance Kandidaten und Profitänzer nur noch, die gelernte Choreografie gelungen aufs Parkett Oft gelingt das, doch es bleibt immer eine Angst vor dem schwarzen Loch, das einen Künstler auf der Bühne einholen kann, das Gefühl, plötzlich nicht mehr zu wissen, was zu tun ist Auch Kandidatin Nikolas Puschmann fürchtet sich ruhig, doch falls der Fall eintritt, hat sich der ehemalige Vince Charmin auch schon einen Schlachtplan Was sein Plan bei Blackouts ist, das verrät er im Begegen Let's Dance auf TVNOW anschauen, effektiv, klingt die neue Staffel, Let's Dance beginnt die neue Staffel, Let's Dance beginnt, Let's Kaufen bei TVNOW Seit am 6. Februar um 20.15 Uhr beginnt Let's Dance mit der Kennenlernshow Die Show läuft parallel zur TV-Ausstrahlung natürlich auch auf TVNOW im Live-Store Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020